Oh, du kannst ja die Archons noch um, wenn du Bock hast. Oh, ja. Ey, das ist aber unfair. So, ich lass mal eine über, eine Archonfeder. Oh, wir sehen, Rubin, top. Top. Also, ich hab jetzt schon 12 Federn. So, wie, na, meins. Leidenstränke sind sehr gerne gesehen, brauchst du ja nicht, ne? Nö. Top, gut, gut, gut. Mein Film, Magier, macht schon Spaß, ne? So. Jetzt hab ich schon 20 Federn. Hier ist noch eine. Ich bin fertig. Ich hab jetzt... Warte mal. Hä? Ist das dumm. Mensch. Warte mal, brauche ich hier nicht die Findlinge? Ja, die kommen ja auch noch. Ja, Findlinge, alter, 100 Stück, Junge. Ja, ja, da kriegen wir hin. Ah, meine. Ah, du Hund. Warte, lass doch mal hier nochmal gehen. Hier sind noch welche. Ich brauche keine. So, jetzt lassen wir sich einen Inkubus machen, wenn dann ne Peitsche ist, die nehm ich dann. Okay, Glück gehabt, dann gehen wir jetzt mal den großen Raum. Wie viele goldene Ständer brauchst du noch? Habt alle. Oha. Du musst halt immer einen überlassen, äh, wenn du jetzt... Guck mal, ich nehm jetzt mal die beiden Peitschen auf. Dann kriegst du die Peitsche. Und die Peitsche. Jetzt hast du wie viel? Sechs. Nox, Kapitän. Ja, ein Schlag zu da. Brauchst du doch, oder nicht? Jep. Gut. Stell dir mal vor, du musst es alleine, Junge. Als Kliriker wäre das schon, das wäre schon sehr unterhaltsam, ne? Aber sieh doch gut aus bei dir. Ja, total. Go. Also mit den Trumpfen da, mit den Edelsteinen und so, das mach ich nicht. Nee? Ach, das ist totaler Müll. Jetzt hab ich sieben Peitschen. Ich hab zehn. Ich hol mal ein paar Archons, ne? Nee, das machen hier mit den Naidseelen und so, das geht ja schnell. Was für Naidseelen, hab ich noch gar nicht. Naja, die brauchst du gleich. Wie viel Prozent hast du jetzt? 91. Ui. So, sehr gut. Oh. Du brauchst noch Archon-Feder oder was? Ja, und zwar noch eine. Top, gut. Dann bist du auch damit durch. Sehr, sehr, sehr schön. Schön, 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 schön. Und noch neun Kills. Ja, dann komm mal hier ran, hier. Ich leg die mal da so, hier beim Eingang hin und dann muss halt noch kurz stehen bleiben und dann fallen dir von selbst. Kennst du das Prozedere, ja? Fertig, oder wat? Nee, vier noch. So, top. Ey, noch einer. Noch zwei. Hinter dir ist einer. Noch zwei. Oh, gut, gut, gut. Mach ich hier noch einmal hier und dann. Shoot. So, die hab ich dann auch fertig. Aber dafür brauch ich natürlich die Grünlinge, ne? Ist ja klar. Ich auch. Warte, eine überlassen. Ich hab jetzt, brauch noch neun. Ja, ich brauch noch zwölf. Bisher fand ich noch irgendwo anders mehr. Nein. Äh, Hilfe. Ach, nervig. Mhm. So, die nächsten kriegst du dann. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Da hinten. Nox, Kapitän. Ich brauch noch einen. Da, die Feder. Mach du mal. Äh, du weißt, ne Peite. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, ein goldener Kerzenstehendrohr. Ich find das schon irgendwie nervig, ne? Dieses Levelgebiet jetzt hier. Ja. Dü, 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 dü. Und lass dir nicht einfach mehr Mobs reinfügen, ne? Steh ich schon wieder nicht. Du hast noch ne Peitsche. Ich find das soll ja nicht so einfach sein, ne? Deswegen ist es eigentlich, ist es okay. Ich hab noch einen Inkobus. Zeig mal, was du kannst. Er siehst. Toll, danke. Wie viel hast du schon? 13. Mann, 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 Mann. Derjenige, der am wenigsten tut, ne? Der hat die schon fast alle fertig. Du hast ja wohl mehr, ne? Nein, ich hab ein mehr als du. Da, das hab ich jetzt wohl gesehen. Mann, 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 Mann. So, die hab ich jetzt auch fertig. Super. Hast du schon die Fittlingsquest schon? Ja. Und du? Die muss ich auch noch. Ja, dann ist doch kein Problem. So, mal gucken wir, ne? Nix gedroppt, Junge. Doch, ich hab eine aufgenommen. So, da, jetzt hier, komm. Eine nehme ich. So, zack. Degen zieht hier T1. Brauchst du das? Ach, T1. Ach, lass stecken. Oh, du bist ein Weg. Zeig mal, was ist das für eine Karte? Es gibt... Mit C. Ja, aktivier. Ich hab's schon 16. Und du? Ich hab 17. Oh, ist das nervig. Na, so. Gut, weiter. Oh, Wolli. Degen zieht hier eins. Ah, ich weiß noch, damals hat man noch diese T1-Dinger gehabt. Das hat schon Spaß gemacht, irgendwie, oder was? Ich glaub, bis plus sieben kannst du ganz, ganz entspannt aben und dann geht auch nichts kaputt. Ja, ich nehm eine. Jo, ich hab auch eine. So, hier noch. Ich nehm noch die hier. Da hab ich 19. Wie viel hast du jetzt? Ja, 17. Ja, los. Perfekt. Perfekt. Nimm noch die Beine auf und dann hast du auch 19. Oh, du hättest auch. Das wär natürlich perfekt, wenn du jetzt zwei dorten würdest. Oh, oh. Oh, mein Gott. Lol. Sweet. Warte mal, jetzt. Was müssen wir jetzt machen? So, warte mal. Ich muss noch mal gucken, hier. Hier, Krallen-Armolette. 5-Exten-Clown. Achso, ja, ja, das ist das. Ja, ja, da müssen wir ja nachher rechnen. Lass doch mal kommen. Lass mal ganz einfach hier noch Findlinge machen. Okay. Sind ja nur noch 99 Stück. Da, ein Seelenrubin. Ach, du Scheiß. 20 Stück auch noch. Ich hab schon 5. Ich hab jetzt 3. Dankeschön. Ja. Aber 100 Stück, das ist schon ein bisschen übertrieben, oder was? Ach, das geht schnell. Ja, aber wenn du alleine hier wärst, das wär jetzt echt... Ja, das kläre ich ja nicht. Ja, das stimmt. So, warte mal. Mensch, da muss hier noch ein 70er Zappi noch abn, ne? Ja. Ach, die Folgen an so schön, das ist so schön. 10 Stück. Weiter. Ich ne ne ne. 9 Stück. Dödödödödödödödöd. Ich skill noch auf Aus. Ich hab jetzt 82 Punkte auf Aus. Ja, kannst du doch machen. Ist doch kein... Das ist ja ruhig. Genau. Ich mein, beim Kleriker... Sag mal. Oh, hier ist gut. Ich hab 12. Ich hab jetzt 13. Oh, Helgas Marionette. Oh, H-C. Oh, H-C. Da hab ich auch schon mal mitgemacht. War ganz witzig eigentlich. So. Wie viel hast du jetzt hier in Robine? 5. Ich hab jetzt 90. Ich find 50 hätten auch gereicht, oder was? Was geil gewesen wär, wenn immer so, du brauchst ja 100 Stück. Wenn auf alle... Auf einer Ecke 100 Stück wären. Weiß ich mein? Nein, nur Nova. In der Fernrunde sind alle down. Das wär gut. Du hast jetzt die fertig, ja? Ich hab jetzt alle... Ich hab ja 20 Stück. Gut, ich auch. Du hast ne Karte. Ja, es ist Finding Karte. Ne, goldene Finger. Ja, oder so. Ist leider nichts besonderes. Hab ich auch noch nicht gehabt. Du siehst, ist doch gut. Mensch, oh, ist das ätzend. Gehst du sonst zu dem anderen Raum? Denn da geradezu, ich geh hier. Noch ne 40 oder Watt? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, warte mal. Hier, hier. Stopp, 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 stopp. So. Ach, verdammt. Oh, ist das lächerlich. Oh mein Gott. Wusstest du, dass das Lizenzensystem eigentlich total für die Katze ist? Ne. Das haben die jetzt korrigiert. Das wurde immer falsch angezeigt. Man hat doch gedacht, wenn du eine Lizenz fertig hast, hast du dann 5% mehr Crit. Eben nicht. Ist halt nur bei einem Mob. Weil er ist.